Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, machen wir weiter. Gut, hier waren wir stehen geblieben. Gut, ich glaube, der Adrenalinspiegel wird wieder weitergehen, so wie im letzten Part. Es wird nicht besser werden. Er ist schon wieder so ruhig. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Ob das besser ist als die Ruhe, weiß ich nicht. Der Scheißhaufen, der wird zu einem Berg langsam. Oh, no. Oh, no, 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 no. Le, komm hier, du, ey. The fuck is that? DNA-Strang oder was? Energiestrang? Wo muss ich hin? Wo sind die Feinde? Wo willst du mich hinlotsen? Da ist schon wieder das Vieh. Ich gehe erstmal bis nach ganz vorne hier hin. Ich glaube, da hinten war ein Eingang, zum Beispiel die Dinger da hinten. Aber ich gucke erstmal hier. Sind die in so einem Passive-Schlaf sozusagen? Sind das die Wächter? Wow. Hey, komm hier. Was passiert hier? Das ist für ein Geräusch. Was zum Teufel? Ich sehe nichts. Ein Hochauf-Unsichtbarkeit. Ja, und jetzt? Sag mir nicht, ich muss noch gegen die Dinger kämpfen. Wobei, ich habe tausend Schuss Minigun. Ich glaube schon. Aber what the hell? Das sind anscheinend die Minitypis? Das sind die Big Boys? Oder ist das nur vom Nahen so breit? Und ich glaube, die produzieren die ganze Zeit immer mehr Einheiten. Indirekt. Das ist wie eine Schmiede hier. Oh, lol. Das ist nämlich schon wieder ein... Aber diesmal einen anderen Star Wars. Und zwar Kotor, also Knights of the Old Republic. Und zwar die Sternenschmiede. Würde mich nicht wundern. Um ehrlich zu sagen. Holy hell. Ah. Warum haben wir wohl die Minigun bekommen? Ich frage mich, warum. Wo sollen wir wohin? Ich frage mich nochmal, warum. Äh, warum, wohin? Ach, du heilige Scheiße. Herr Kamm. Geduld, 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 Geduld. Energie. So. Drei. Zwo. Eins. Gib ihm. Aua. Den hat er wehgetan. Ich weiß, einer ist hinter mir. Ich versuche aber gerade den mit der Pistole auszuschalten. Wo ist der andere? Da. Nachladen. Junge. Ich habe ein ganzes Magazin für fünf Leute verballert. Alter, ist das Balancing oder was? Heilige Scheiße. Gehst du jetzt auf oder was passiert hier? Es geht auf. Was ist das hier? Brandgeschosse. Muni. Pistole nehmen. Nein, danke. Schrupperton voll. Pistole nehmen. Nein. Ach, wir müssen vielleicht switchen. Wir müssen vielleicht switchen. Ich habe keine Muni sonst. Ich glaube, das ist der Cheatcode im Sinne von Granatenwerfer, Brandgeschosse. Weil, ich glaube, die sind extrem gegenfeueranfällig, denn hier ist ja alles so richtig kühl, ne? Das ist ja deren Raum, würde ich jetzt behaupten. Also muss da irgendwas dran sein, oder? Ich hoffe es. Was ist das? Kontroll. Oh, no, 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 nee. Können wir quitten, Leute? Also, das Spiel ist vorbei. Ende, Credits, fertig. Oh, shit! Stratland, falls Sie mich hören, Sie müssen diese Insel sofort evakuieren. Hier sind tausende von diesen Dingern und Sie wachen auf. Oh. Mein. Gott. Ich habe noch mein... noch nie mein Leben so hart runtergezogen. Alter, jetzt, wenn ich PUBG spiele. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo bist du, du Wichse? Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Da. Jetzt habe ich dich gesehen. Mann, der Rückstoß. Noch einer. Oh, noch ein Krieger. Der Rückstoß. Verdammt nochmal. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Alter, bin ich angespannt. Holy shit. Junge, das ist was anderes. Das sind keine Menschen. Da. Down? Down. Der Letzte. Du Ficker. Wenig Munition. Gut. Letzte Schüsse. Komm. Oh Gott. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Mein Gott. Wir müssen, nee, nee. Zwischen, zwischen, zwischen. Oh Gott, ohne das Ding. Wie viele sind denn hier noch? Muss ich hier weg? Ich sehe nichts. Aua. 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 Kleiner Bastard, Junge. Ihr one-shotted meinen ganzen Energie. Jetzt helfe ich gegen die Alienwesen. Erfolgreich. Fühlt sich nicht erfolgreich an. Nachladen. Mach ihn. Mach ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh, Junge, 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 Junge. Das ist nicht schön, was hier passiert. Holy shit. Schnell durch. Mir egal, was passiert. Regenerier, regenerier. Zu meine Fresse. Ganze Energie. Okay, wir sollen da hin. Suche einen Ausgang aus der Höhle. Erfüllt. Verlorenes Paradies. What the hell, alter Schwede. Bitte keine ähnlichen Viecher mehr. Aber wobei, vielleicht haben wir Schwerkraft. Ja. Nomad, sind Sie draußen? Ich empfange Ihr Signal klar und deutlich. Sie scheinen wieder online zu sein. Ich übertrage Ihre Videodaten jetzt an das JSOG. Ich sehe Tageslicht. Wir nähern uns Ihrem Signal. Sieht wie ein Ausgang aus, aber ich kann nicht zu nahe ran. Nähere mich auf Sichtweite. Scheiße. Da ist er. Nomad, wir sehen Sie. Lass mich ran. Die schießen das Ding jetzt ab. Vorsicht. Wieder Vereisung. Oh, da kommen die Viecher. Verkant, ich bin getroffen. Perpisch dich, du kleines Vieh. Okay, zu Fuß weiter. War ja klar. Wäre zu leicht gewesen, ne? Wäre viel zu leicht gewesen. Und alles ist vereist. Hier war tropisches Land. Es ist Eis. Alter, jetzt werden wir bei Witcher werden, ne? Sie leben noch? Ja, Sir. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Was ist da oben los? Ich will einen verdammten Lagebericht. Würde ich Ihnen ja gerne geben, Major, aber ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Egal, was es ist. Ja. Ich bin genau im Auge des Sturms. Der ganze Berg ist in eine Art Energiesphäre gehüllt. Wir müssen die Insel vollständig evakuieren. Roger. Ich habe den Kontakt mit einigen Marines in Ihrer Nähe verloren. Ich schicke Ihnen jetzt Ihre letzten bekannten Koordinaten. Sehen Sie sich da mal um? Mach ich, Sir. Aber ich bezweifle, dass diese Kälte jemand überlebt hat. Wir hatten am Fuß des Tals eine Evakuierungslage. Sollten Sie Überlebende finden, können wir Sie von da aus fliegen. Alles klar. Zeig mal ja. Letzte bekannte Position. Wo ist meine Maus? Da. Alles ist irgendwie grün. Oh, Leute. Ich kann es markieren. Leute. Man kann nichts bewegen. Das ist einfach die Map. Mehr gibt es nicht. Okay. Let's go. Okay. Oh, Mann, ey. Was haben die hier wieder aufgeweckt, ey? Oh, nee. Voll Teufel. Guck mal, wie ruhig ist es. Ja, ja, genau. Gleich fängt es an. Pass auf. Munition. Munition. Wunderschön. Hast du noch irgendwas Schönes für mich? Gegen Schoflinte tauschen. Ganz ehrlich, gegen die Viecher, ich glaube, es ist sogar sehr schlau. Oh. Die Ghosts attackieren mich nicht. Lol. Oh, kein Pixel. Ähm. Ja, wir müssen gucken. Zur Not nehmen wir Shotgun, ne? Ganz ehrlich. Wir haben Pistol zur Not für Sneaken. Und die Minigun noch. Für solche Fälle. Ja, mal gucken, ey. Holy shit. Oh, no, 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 no. Schnell, schnell, schnell. Wo ist die Maus? Oh, die haben mich entdeckt. Geh, geh. Ah, jetzt wieder weniger. Aber ich schoss. Oh, die halten 10 Millionen Schaden aus. Okay. Okay. Was bist du denn? Ich wollte grad boxen. Komm her, komm her, komm her. Haben wir. Okay, die machen irgendwas mit Energie. Oh Gott. Ich brauche mehr Minigun. Nachladen. Okay. Alles, was Schall in dem Fall ist, weg. Weg machen. Wo ist diese verfickte Maus? Da hinten. Ähm. Keine Art mehr, Verbandgeschosse. Ich glaube, ich brauche den hier. Wir fangen an. Wir fangen an. Ja. Ja, ja, ja. Das ist so besser. Okay. Ich kann gefühlt wieder Muni holen. Ich danke vielmals. Weiter geht's. Vielleicht soll ich die Minigun zuerst ausschießen und die Shotgun mitnehmen, oder? Ich glaube, es ist schlauer. Werden wir schon diese Waffe eh verlieren? Boah, Junge. Ist noch sehr weit entfernt. Kontrollpunkt. Ich will mal kurz meinen Blick wagen. Ja, den Scheiß wirst du mit dem Baum hier in deiner Fresse. Okay, gut. Weiter geht's. Junge. Es ist wie eine Vorbereitungsphase gefühlt. Oh. Ist leer, ne? Ja. Ah, und noch Selbstzerstörung. Falls es zu leicht war, ne? Der in das Munitionslager. Heiliger Motor. Irgendwie leuchten die blau. Ich glaube, die stören meine Energiequelle oder zaften die ab. Oh, okay, okay, okay. Warte. Nice one. Come on. Hier muss noch mehr Waffen geben, oder? Ja, da muss noch was drin sein. Come on, come on, come on. Schauti. Schautpatron. Taschenlampe. Reflexvisier. Vision. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Ähm, wir können auch die Muni umstellen, ne? Was haben wir hier? Ich will mal kurz testen. Oh, nicht so testen. Aha. Gut, eine Supersteuerung für Nahkampf, eine für Range. Also mehr Slug. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Einzelschuss, Vollschuss, Granatenwerfer. Rein damit. Wieder vollautomatisch. Okay. Nach langer, langer Zeit wieder die Schauti in der Hand, Junge. Holy. Wir müssen nach unten. Come on, Schauti. Beweis dein Können. Ich weiß, gegen Menschen warst du One- oder Two-Shot. Ich hoffe, dasselbe machst du bei den Viechern auch. Ich höre was. Oh, Junge. Wieso werde ich von dem nicht gescannt oder erkannt, wie die anderen Leute? Oder haben die gezielt nach Energiequellen gesucht? Keine Ahnung, was die gemacht haben, Junge. Jetzt sind Fragen über Fragen hier. Da unten ist einer. Nach Land. Und deswegen haben wir das Visier mit der Entfernung. Hä, noch einer. Oh. Ah ne, er explodiert. Wunderbar gesichtet. Da hinten. Aber er will irgendwie rum oder auch nicht? Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Warte. Wo bist du? Nach Land. Ach, Magazinerweiterung wäre nicht schlecht gewesen. Na komm schon. Traurig. Da oben. Haben wir, ne? Jawohl. So, jetzt muss es noch explodieren. Leute, wir können ja flieren. Oder ist es nur Effekte? Ach du Scheiße. Wir müssen nach links. Ich geh aber erstmal nach rechts. Schaddi. Ich glaube, hier ist gar nichts. Ich glaube, ich gehe wieder auf die andere Seite. Du willst mich verarschen. Ja, genau. Ach, du. Ich könnte mich vorbeisneaken. Ich muss nicht kämpfen. Aber ich will. Okay. Okay, pass auf. Nate. Und dann gib ihm. Ich werde wahrscheinlich nicht treffen, aber... Nice. Einzelschuss. Ich erfriere. Komm her, komm her. Wunderschön. Junge, gerade macht das Game so Bock, ne? Das ist so richtig Survival-Shooter-Guard am Ende. Irgendwelche fremde Wesen und du bist hier irgendwie One-Man-Army. Warte, ich wollte noch andere Seite. Sprinten. Und weiter, und weiter, und weiter. Cool wäre es gewesen, so geschrieben, so die Story, dass man in diesem Kernschiff, keine Ahnung, was das war, ich nenne es jetzt einfach Schiff oder Station, was auch immer. Ne, Schiff ist besser. Dass man da irgendwie so ein Upgrade gefunden hätte, weil man irgendwie von diesen, von der Energiequelle was abgezapft hat und dann deinen Anzug sich anpassen, was dadurch mehr Energie oder so. Das wäre heavy. So ein Mini-Upgrade. Alle Features stärker und so. Wäre richtig geil. Aha, das wäre der Weg gewesen. Da habe ich nichts gesehen. Sie sind direkt voraus. Ach, kommen wir mal. Jawohl. Wir haben den Anzug. Wir nutzen die Umgebung. Aber wir haben wenig Muni. Oh. Unter uns. Einer. Haben wir. Nach Land. Kleiner Bastard. Alter Junge. Alter Junge. Genau. Piss dich. Okay. Hier drüben ist nichts. Gehen wir weiter nach da. Einmal die Seite. Über. Überprüfen. Hier sehe ich nichts. Da unten könnte was sein im Sinne von Munition. Wir sind langsam ein bisschen low. Genau unter uns. Okay, pass auf. Wir gehen hier runter. Jump. Hier ist ein bisschen Textur am Buggen. Wegen Schnee und Normal. Muni. Wunderschön. Wird nicht reichen, aber ist jetzt gar nichts, ne? Oder hast du noch mehr irgendwo? Ne, ne, ne. Doch, da unten. Da würde ich auch hingehen. Aber wir checken jetzt mal alles hier drüben noch ab. Da soll ich hin. Letzte bekannte Position. Ich sehe Muni, Muni, Muni. Eingestütztes Haus. Hier unten ist ein... Ja, gar nichts. Okay. Back. Oh Gott. Ja, Junge. Der Boost war zu heavy. Schrohfinte. Munition. 60 Schuss. Ja, nehm ich schoddy. Zur Not. Stellen wir erstmal auf Long Range ein. Damit können wir ein bisschen was anrichten. Immer wenn das Ding schreit, Junge, ich verstecke mich. Leck mich. Ne, 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 ne. Bei sowas mache ich keinen Spaß, ey. Ich lasse mich nicht entdecken. Bis jetzt, jedes Mal, wo dieser Ton kam, passiert nichts Gutes. So, bist du ruhig? Okay. Okay, 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 okay. Ich habe mir das Gefühl, ich werde gleich überrascht. Ne, da ist nichts. Die Sounds überschlagen sich gerade wegen verschiedenen Bereichen wahrscheinlich. So, come on. Stück für Stück hier. Och, Katzin. Ja, man sieht sie. Alle Versteine, sag ich schon. Vereist. Hier ist ja keine Medusa im Werk. Strickland, hier ist Nomad. Ich habe ihre Marines gefunden. Irgendwelche Überlebende? Negativ, Sir. Keine Überlebenden. Ach, das war das zweite Platon, das ich an dem Berg verliere. Okay, wir müssen sie da rausholen. Baden sie sich einen Weg zum Rand der Sphäre. Ich lasse sie dann dort abholen. Also sie hat es ja fast... Ne, es hat wieder welche abgeworfen. Oh, no, 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 no. Was war das? Prophet! Das muss das sein. Prophet! Schicken wir diese hässlichen Bastarde zur Hölle. Sind sie dabei, Junge? Wo waren sie, Prophet? Wir dachten alle, sie wären tot. So leicht bin ich nicht klein zu kriegen. Indirekt da. So, Shot auf die anderen. Oh, fuck. Jetzt komm her, Junge. Ich brauch was anderes. Eigentlich. Ficker, Junge. Da sind noch mehr von denen. Oh, fuck. Oh, Range ist besser. Oh, Range ist viel besser. Wofür braucht man da Klos, ey? Die für gar nicht. Haben wir alle? Lass mich Muni holen. Lass mich Muni holen. Hade, Mots. Sogar hat eine Fehlfunktion. Die Innentemperatur sinkt. Wenn ich hier nicht schnell verschwinde, erfriere ich. Ja. Wie haben sie es zum Laufen gekriegt? Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Erst wenn wir sie zusammengefleckt haben. Ich erliegere Energie brauche Deckung. Ich gehe Deckung. Mein Hansen hält nicht mehr lange durch. Halten Sie durch, Prophet. Ich bringe uns hier raus. Wo sind wir? Wo sind die? Wo sind wir? Wo sind wir? Mein Gott. Komm her, du Ficker. Stör auf den Ficker. Wie viel hält er denn aus? Was dauert da unten so lange? Man wartet an der Evakuierungsstation auf Sie. Strickland, ich habe Prophet gefunden. Er lebt, aber sein Anzug ist defekt. Wir müssen hier schnellstmöglich weg. Verstanden, Nomad. Ich habe am Rand der Sphäre einen Spähtrund. Die Jungs holen Sie da aus. Wir sind unterwegs, Major. Ich will einen Switch. Ich will einen Switch. Ich will einen Switch. Ähm. Wobei. Brauchen wir einen Switch? Ich weiß nicht, ob ich es will. Ne, lass mir. Wobei, die Scar wird so häufig vorgeschlagen. Aber ist mir scheißegal. Weiter geht's. Ich halte nicht mehr lange durch. Ja, let's go. Können wir fahren? Schade. Ist ja cool gewesen, aber ja, bei der Kälte. Kein Wunder. Jetzt sind wir dran, Letten. Ja. Ja, unge, das Ding ist heavy. Oh, ein Anzug verliert zu viel Energie. Taschenlampe. Läuft. Geben Sie mir Deckung. Ich muss regenerieren. Aha. Ich gebe die Deckung auf. Ich gebe die Deckung auf. Und wo kommen die? Über uns. Ne, noch nicht. Noch nicht. Das ist crazy, dass ich kein, gefühlt, Umfeldscanner habe. Nur wenn es schon zu spät ist, gefühlt. Sicherlich. Worauf warten wir? Gehen wir weiter? Kontrollpunkt. Ja. Jetzt muss man sich echt beeilen, ey. Er hat eine Wärme, sozusagen, Wärmeausdauer, wie lange er noch hat. Ja, ich gehe durch. Da, ich gehe in Deckung. Halten Sie mir den Leuten frei. Oh no. Geben Sie mir Deckung. Mach ich. Und wo kommen die denn? Komm her, jetzt. Überhitz. Komm her, jetzt. Ich sehe ihn nicht. Irgendwo der hinter. Okay. Fick up. Mein Gott. Es ist mein. Alter, ist das crazy. Es ist zu heavy, die zu sehen. Alter. Abwehrgeschütze, oder was? Das ist crazy. Ja, los, 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 los. Wo lang? Hier lang? Wir kamen von da. Wir kamen von da hinten. Los. Junge. Alter, hast du eine coole Knarre gefunden, Profit. Also wirklich, Respekt. Weg, weg, weg. Die explodieren. Los, komm her, komm her, komm her. Ja, ich tue mein Bestes. Die Frage ist, von wo mal wieder? Von da? Oder von da? Wollen wir vielleicht weiter? Da kommt niemand. Ich würde sagen, wir müssen einfach weitergehen. Ich wollte gerade sagen, ich muss noch mal ein Stück vorgehen. Dann. Der geht ja. Oh no. Der Big Boy. Okay. Noch ist alles gut, glaube ich. Oder auch nicht. Okay. Das können wir hinkriegen. Come on. Junge, wat'n move. Holy shit. Ja, let's go. Wir kommen wieder hin. Lauf, Junge. Lauf. Ja, gehe dich. Schon wieder das Gewackele. Oh. Wir tun, was wir können. Im Nahkampf macht's mehr Schaden. Oh, perfect aim. Oh. Oh. Mein Handschuh verliert Energie. Geben Sie mir Deckung. Einer weniger. Jawohl. Jawohl. Lass mich raten, wir können damit nicht fahren, ne? Ne. Prophet, wir müssen weiter. Wir müssen ab 100. Junge, wie heavy das aussieht. Alles ist eingefroren. Diese Waffe nehmen wir mit. Haben wir. Let's go, let's go. Oh, bringe Prophet in Sicherheit. Exodus. Oder Exodus. Genau, Exodus wäre mit E. Exodus. Exodia. Oh, Mann. Okay. So, Leute. Guter Stopp hier. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.